Guck mal, du scheiß Meter. Du hast mal Herd gepfickt. Alles klar, wie geht's dir denn so? Mein Habtikon, ey. Bruder. Timo. Baby, mach ihr nicht auf Marley, guck mich ab, ich hab das... Guck mich nicht an, ey! Ich dachte nein, du bist versorgt, ich hab dir viel zu viel gek... Alphi, Alphi, bitte, leide. Weil alles machst du deine Lerde. Erzähl, ich fühl dich. Oh, ich hab das Nötige getan. Es ist alles mit meiner Melonie. Die Bilder in mein Kopf, mein Herz noch brennt, wie Kerosin. Mach mal weiter. Ich dachte echt, es wäre nie eins für die Shit. Aber echte Liebe hätte... Schreitet euch mal kurz. Timo, das läuft schon wieder, witz macht. Okay, dann streitet euch jetzt mal. Wie soll ich sie einfach so anmachen? Einfach so anmachen. Ey, bist du aber scheuert, Mädchen? Das kannst du doch nicht bringen. Ganz ehrlich. Ich hab gelacht, Alphi. Okay, nochmal. Mann, du bist total böse, ey. Jetzt mach mal einmal noch, wie sie gerade. Du willst mich verarschen, sag mal jetzt ehrlich. Ich hab' nicht. Ich hab' nicht so gesehen, so ein Wichster, Alter. Ich hab' nicht so ein Wichster, Alter. Okay, warte. Dann streitet euch jetzt mal. Timo, nochmal einmal ein bisschen. Ich hab' noch nie so auf der Mädchen gefasst, wie sie, Alter. Einmal noch. Achtung. Jetzt streiten. Timo, ey, ey. Er kann nicht richtig, was? Ja, er isst. Ich hab' echt geliebt. Ey, komm, ich mach' eh. Nein, jetzt ganz ehrlich. Schleich mal. Komm, stimmt gut im Video. Vor allem, wenn man das gar nicht hört. Ich lass' die zusammenfahren und noch rausregen. Das wär' doch geil, ey. Mach' mal. Ey, Jaggi. Ja, das ist aber die Schnauze. Nee. Dann, Schatz, dann mach' ein bisschen sauber aus. Nur ein bisschen. Schau, das sieht süß aus. Das ist halt die Schnauze. Schatz, wenn du keine sauber machst, dann bist du nicht gut. Ja. Du bist ein Pen. Ich guck dich kurz an. Ja, süß, du schläft, ja. Dann nehm' ich mir so dein Eif und guck' so. Was ist los, Co? Dann ist der Typ. Mach' einfach mal irgendwas. Vielleicht wird's gut. Ich finde manchmal, wie ich hier sitze und gleich guck' ich nach oben. Läuft? Ja. Ja. Ja, aber selber, nö. Bist du ein Behindert? Ok, jetzt mach nochmal und dann mach ich mit Zoom. Warum schickst du mich? Sonst ich nicht schlagen. Schlaf jetzt nochmal, ich muss jetzt kurz nicht halten. Du kriegst euch noch eine richtige Bombe. Pass auf. Am Ende des Videos schlagen wir beide weiter aus. Sag mal. Ja. Mach mal bitte so eine fette Kurve mit der. Ja, so ist das. Das Leben ist hart. Aua. 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 Alex, holen, 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 holen. Ach, holen, holen. Und Stopp Treatwall. Waraferin. Er ist zu- Ja. Und? Die kommen hier hinten. Sonnenberg. Rich OoAN. Ich glaube, ich will Sex mit ihm. Komm doch mal so auf die Kamera zu. Ihr seid frisch. Ich hab's so geklärt. Guck mal, die sind fast wie ein Emo. Julia, soll ich denn jetzt laufen? Einfach nur dumm rumstehen. Einfach dein Ohr, bitte. Was machen die da genau? Außer rumstehen. Ja, Mann, Vogel! Ich hab Hunger. Timo, hast du auch Hunger? Komm, wir braten den. Mama hat bestimmt einen Grill. Frisches Vogel, von der Straße direkt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.